Wir von Desinfekta halten seit 1921 Schädlinge und Ungeziefer von ihnen fern. Das ist innovative und intelligente Schädlingsbekämpfung in Schweizer Qualität. Unsere qualifizierten Schädlingsbekämpfer sind schnell vor Ort und bieten kompetente Hilfe und Beratung an. Zu unserer Kundschaft zählen Privathaushalte, Gewerbe- und Industrieunternehmen. Sind Schädlinge da, schreiten wir ein und greifen auf modernste Verfahren zurück. Diese sind ökologisch, wirkstoffarm und rückstandsfrei. Wir befreien ihr Heim von Schädlingen und Lästlingen. Sie fühlen sich wieder rundum wohl in ihrem Zuhause. Sie kommen vom erholsamen Urlaub zurück, bringen schöne Erinnerungen, aber auch Bettwanzen als ungebetenes Souvenir mit nach Hause. Hier zum Beispiel bieten wir von Desinfekta rasche Hilfe. Vor der Behandlung findet unser Experte heraus, wo sich die Bettwanzen verstecken. Ein speziell ausgebildeter Spürhund unterstützt ihn bei der Suche nach den Blutsaugern. Befallene Räume behandeln wir mit Wärme. Das ist umweltschonend und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Äussert erfolgreich und ganz ohne Chemie. Unser Angebot für Gewerbe- und Industriekunden basiert auf dem Prinzip der integrierten Schädlingsbekämpfung. Das bedeutet Prävention und Überwachung. Wir stellen für Sie sicher, dass Schädlinge die Qualität Ihrer Produkte nicht beeinträchtigen können. Ein umfassendes Dokumentationssystem unterstützt unsere Arbeit. Dadurch stellen wir eine transparente und nachvollziehbare Schädlingsüberwachung sicher. Wir stellen spezifische Fallen auf, kontrollieren diese regelmässig und werten ein allfälliges Schädlingsvorkommen aus. Mit Ihnen als Kunde besprechen wir notwendige Massnahmen und hatten diese im Besuchsbericht fest. Unsere Beratung trägt wesentlich zu einem schädlingsfreien Betrieb bei. Desinfekta verfügt über modernste Technologien. Wir bieten Ihnen Sicherheit und Entlastung. Die moderne Schädlingsüberwachung findet heute digital statt. Wir geben Schädlingen keine Chance. Desinfekta – intelligente Schädlingsbekämpfung.